In diesem Video geht es um die besten Hornhautentferner. Der Qualitätssieger in unserem Hornhautentferner-Test geht an den MyCarbon Hornhautentferner. Kabelloser Stromversorgung durch wiederaufladbare 600 mAh Li-Ionen-Batterie. Nach zweistündiger Aufladen lässt sich dieser elektrische Hornhautentferner für 0,5 bis eine Stunde betreiben. Während der Niederspannung brauchen nur den elektrischen Hornhautentferner an der Steckdose anzuschließen und das Gerät einzuschalten, dann die Hornhautentfernung fortsetzen ohne auf langen Ladevorgang zu warten. Beim elektronischen Hornhautentferner sind zwei Geschwindigkeit und drei Ersatzaufsätze in drei Intensität verfügbar. Eignet sich für Menschen mit sensibler Haut und mit starker Hornhaut präzisere, schmerzfreiere und sanftere Hornhautentfernung. Die LED-Lampe auf der Innenseite leuchtet während des Betriebs, was für klare Sicht und präzise Hornhautentfernung sorgt. Die elektrische Hornhauthobel mit grobe Mikrogranulat leitet schnell und gründlich über die Hautflächen, entfernt sekundeschnell trockene Haut, Hornhaut oder Schwielen an Fußsohle und Ferse präziser, schmerzfrei und sanfter, ohne Verletzungsgefahr. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Dioso Hornhautentferner. Hornhautentferner. Neuester Design Pediküre Hornhautentferner elektrisch 360 Grad drehbar anwendbar bei trockener Haut, Hornhaut, Behandlung von Hühnerraugen an der Ferse in Minutenschnelle, macht die Füße geschmeidig und schön. Genießen Sie ein schnelles schmerzfreies Fußspar. Drei Rollenköpfe und zwei Geschwindigkeiten der elektrische Fußpfeile. Eine feine Rolle für die tägliche Anwendung. Eine Standardrolle zur Entfernung von Hautresten. Eine grobkörnige Rolle für die Behandlung von rissigen Fersen. 1000x niedrige Geschwindigkeit für normale Haut und 2000x hohe Geschwindigkeit zur Entfernung von harten Hautresten und Hornhaut. Schnelles Aufladen und LCD-Anzeige des elektrischen Hornhautentferner. Akku mit 1200 mAh Kapazität für lange Betriebszeiten, bis zu 40% mehr Akkukapazität als bei vergleichbaren Produkten. Betriebszeit von bis zu 120 Minuten mit einer Akkuladung. LCD-Display zur Ladezustandsanzeige im Betrieb und bei der Aufladung. Das Gerät kann mit Akku und auch beim Laden verwendet werden. Tastenbedienung zur Auswahl der gewünschten Geschwindigkeit. Modernes und ergonomisches Design. Wasserdicht bis zu IPX7, Sie können die Pediküre Fußpflege im Bad, tauchen Sie nichts ins Wasser. Spezielles ergonomisches, rutschfestes Design, Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie fallen könnten. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Hornhautentferner-Test ist der HellPerfect 2 in 1 Hornhautentferner. Die Smoothie Nano-Glas Hornhautpfeile wurde speziell für den Einsatz an nasser und trockener Haut entwickelt. Die hochwirksame Fußpflege für die ganze Familie. Die sehr langlebige Nano-Glas-Oberfläche gewährleistet eine absolut sichere, schnelle und äußerst zuverlässige Entfernung aller abgestorbenen Hautpartikel. Dank ihrer wunderbar ergonomischen Form liegt die Fußpfeile optimal in Ihrer Hand. So pflegen Sie Füße und Hände schonend und mit höchster Wirksamkeit. Sparen Sie sich das Kaufen teurer Ersatzklingen. Die hochwertig verarbeitete Fußraspel ist langlebig, leicht, stabil und wasserdicht. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.